Wir stehen hier vor dem New York Café, wahrscheinlich das schönste Café der Welt. Das Café, in dem Ferenc Mollner Lilium geschrieben hat. Wir haben gestern begonnen mit einem wunderbaren Interview in der größten Synagoge Europas, mit einem Kantor, der uns seinen Blick auf Lilium geschildert hat. Dann waren wir in dem Uraufführungstheater, in dem Lilium 1909 uraufgeführt wurde. Heute haben wir dann noch Matthias Scharkozy kennengelernt. Er ist ein Urenkel Mollners. Wunderbare Leute, die alle tolle Geschichten zu erzählen hatten für unseren Film. Also das ist eine Aufgabe, die mir hier geschenkt wurde, die man sich schöner nicht wünschen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017